hallo und herzlich willkommen bei redogamble ich bin heute wieder nach dem ticket und heute das spiel ist das wort viel spaß dann sind wir mal wieder hier das wort schon lange nicht mehr gespielt ich finde das spiel damals sehr gut aber es ist auf russisch hey warum bist du auf russisch ich würde ja auch russisch spielen aber ich kann keine russisch um auch in dieser truhe band 6 weitere truhe lol doch mal hier ist es wieder auf englisch ich bin so ein bisschen verwirrt chicken open oh die kann ich öffnen den open öffnen auch ja alle öffnen und und alles das 30 So, haben wir jetzt hier alle roten Punkte abgeschlossen. So viele Haustiere habe ich schon. So viele Haustiere. So viele Haustiere. Ein Fehler hatte ich bekommen. Ein Fehler. Ein Fehler. Super. Rinky. Oh, das ist jetzt 76. So. 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 Si. So. 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 Tastatur kann ich das nicht spielen. Kommen wir mal einfach durch das Portal. Ich habe das nicht mehr, wie ich den Tastatur, aber ich habe das nicht mehr. Soll ich den Tastatur, dass ich den Tastatur nicht so viel zu tun habe, das ist ein paar Worte, die ich jetzt nicht so viel zu tun habe. Das ist ein paar Worte. Oh. Oh. Ich fühle mich so gut, dass ich hier. Geht's dir? Geht's weit? Shit. Hä? Brauch ich doch gerade. Nee, doch nicht. Cheers. Ah. Ssh. Hachachach. Okay. Fertig. Nichts auftrag. Drei Pflanzen pflücken. Okay. Fertig. Nichts auftrag. Nichts auftrag. Fertig. 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 auch schon okay die quest gleich schon fertig und da rät immer noch wieder quest haben wir gemacht was soll ich lieber den hier machen welches level smithsikl habe ich keine steine schmieden na geht nicht aber noch gesagt ist fast voll dann haben wir hier noch du 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 Ah, hier war ich schön. Ah, hier war ich. Okay, die Quest ist auffällig, das war schmieden, dann geht es jetzt bei denen weiter. Zack und weg bin ich. So einfach geht das. Gut. 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 확인 Toy Story. Nächste Quest. Bitte schön. Herr Luke, wir wissen Bescheid. Ach, jetzt diese Naga. Ach, jetzt diese Naga. Ach, jetzt diese Naga. Go back to Luke. Da sind wir wieder. Ich darf gegen mich kämpfen hier. Hm. Ach, das ist ein Spieler. Ah, ein Spieler. Autopattle. Also ist das jetzt eine Instanz. Meine erste Instanz. Ja. Okay. Ach. 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 Huuuuhh! Uuuuhh! Also er weicht nicht automatisch aus. Er kämpft und ich weiche aus. Was macht der da? Schau mal zu. Okay, dauerne sah. Oder ich sieh. Hm. Erster Platz? Na ja, ich war ja auch alleine drin. Wär schlimm, wenn ich letzter wär. Ach scheiße, ich bin ja auch letzter. Hm. Gut, dann würde ich sagen, das war's. Ich schau mal kurz hier nach den Punkten. Uuuuhh! 15 Minuten. Uuuuhh! Entschuldige. 15 Minuten gespielt schon. Okay. Das war der erste Punkt. Ähm. Open. 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 Nochmal open. Nochmal open. Okay. Mission hab ich abgeschlossen. einfach los. Ihhh. Unverständlich. dann auch middleisieren. Loser. 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 Ja. Okay. Hä, was hab ich denn hier noch? Das war's. Gut. Dann will ich jetzt das Spiel beenden und sage, Dankeschön für's Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn auf den nächsten Mal bei ihr seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Tschüss.